So, willkommen zurück zur letzten Folge des Online-Heute. Wir wollten eigentlich mit irgendwelchen Krähen reden, wurden aber abgelenkt durch eine Nebenquest. Was ist denn der Ewig? Achso, der Ewigwächter ist das beschworene Pad. Okay, dann war das. Wir suchen tatsächlich gerade Rainor Vanos, seines Zeichens Bruder von Kyret Vanos. Die hatten einen kleinen Geschwisterstreit und das ist... Naja, der gute Rainor möchte gerne was alleine erkunden und jetzt verfolgen wir ihn halt, weil das... Naja, das ist halt irgendwie... Wir sind halt ein bisschen extern und dann kann man da vielleicht ein bisschen Wogen glätten, weil der gute Rainor schon ein wenig aufgebracht zu sein. Wie das bis jetzt alles so gelaufen ist mit der Anerkennung generell überhaupt. Naja, der Ramo ist jetzt vielleicht... Weißt du, der Ramo war immer ein bisschen komisch und jetzt ist halt mit Rainor, das gefällt ihm halt eigentlich, weil das beides so Deckertypen sind, die eigentlich ihren Ruhm für sich haben wollen und zwei Stück auf einmal davon ist halt... Eindringling! Halt! Halt! Sprecht! Oder werdet gepickt! Okay, aber das ist falsch, weil ich wollte auch eigentlich mit der... Ich wollte auch eigentlich Rainor suchen. Ähm, da wären wir auf jeden Fall die Kräger gewesen, mit denen ich sprechen möchte. Die auch bestimmt total nützig sind, aber mit denen wir uns heute wahrscheinlich nicht mehr beschäftigen werden. Einfach weil es uns die Hauptfestleiter vorantreibt und das ist die Versuche eigentlich... Ich versuche ja immer irgendwie alle Nebenfest vorher fertig zu machen oder zumindest so viel wie möglich, damit ich nicht irgendwie das Spiel, wenn man durchgespielt hat, also durchgespielt. Vor allem bin ich ja nach fertig, nach der Stadt der Oberwerke. Danach kommt erstmal nichts, was hier so angeht. Da muss ich mir was Neues überlegen, weil das dieses große DLC, also L2, das kommt ja erst... ähm... Mai... Juni oder wie so. Das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Und das ist bis... Das Dark Brotherhood DLC habe ich jetzt nämlich auch erstmal alle, wenn ich die Stadt der Oberwerke durch habe. Was sind die hier eigentlich? Regenburger. Tiberius Tila. Ach ja, da hinten sind diese komischen Dinger, die wahrscheinlich mit diesen Verti-Dingrums sind. Das sind Windkraftwerke. Das ist jetzt der Reinauer blügt bestimmt die Landschaften vom Aussichtspunkt, oder? Das ist doch hier diese dumme Ecke, wo man nicht wieder hochkommt. Da muss ich ganz feuchig sein. Wenn ich da bis zu weit runter springen, komme ich nicht wieder hoch. Okay, gut, hier sind gerade diese Pentinen, mit denen man tatsächlich wieder hochkommt. Aber sonst kommt man hier mega blindert hoch. Guck mal, und... Guckt es sich jetzt an? Hier ist jemand nicht. Hier ist erstmal weit und breit. Nichts. Hallo Reino, grüß dich. Tiret weiß meinen Beitrag zu unserer Partnerschaft nicht zu schätzen. Ihr denkt, ohne sie wäre ich verloren. Tja, der werde ich's zeigen. Mein überlegender Intellekt überstrahlt ihren Wagemut und der Draufgängertum mit Leichtigkeit. Doch was führt euch hier heraus, meine Freundin? Naja, ich dachte, ich helfe dir mal ein bisschen, weil dein Intelligent auf jeden Fall nicht Wagemut und der Draufgänger-Tum überstrahlt, aber das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich dachte, ich helfe dir ein bisschen. Das ist ein großzügiges Angebot. Doch ich finde euer plötzliches Erscheinen irgendwie zu passend. Hat meine Schwester euch mir hinterhergeschickt? Sie glaubt wirklich, ich wäre ohne sie so hilflos wie ein neugeborener Skript, oder? Ähm, kann es nicht auch sein, dass er hier nur einen Freund ausschalten möchte, außer wir würden diesen Ort nicht erkunden wollen. Äh, ja, das ist genau, ein alter Freund. Es ist ein faszinierender Ort, nicht wahr? Abgelegt. Es gibt so viel zu sehen und zu lernen. Die Leute aus der Messingfeste haben mir von einer Reihe spannender Orte erzählt. Wir müssen einfach losgehen und sie uns selbst ansehen. Bei all den Entdeckungen, die hier möglich sind, schwirrt einem der Schädel. Sollen wir mit der Erkundung anfangen? Ähm, ja, ja, wir können loslegen, bestimmt. Es gibt eine Reihe von Orten, die ich untersuchen will. Ich habe sie eurer Karte hinzugefügt. Geht voran und ich folge euch. Keine Sorge, ich werde euch jede Unterstützung bieten, die ich aufbringen kann. Aber ich muss gestehen, dass ich kein großer Kämpfer bin. Auf diesem Feld brilliert eher Kiretz. Äh, das wird jetzt wahrscheinlich noch 20 Mal sagen, oder? Wie sind die eigentlich überhaupt hier gelandet? Die sind uns hoffentlich bewusst, dass sie nicht mehr wegkommen. Auf die gleiche Weise wie ihr, würde ich meinen. Wir suchten unter Gramfeste nach den Ruinen von Bams Amshendt, als wir auf eine winzige Stadt im Innern eines Urwerklobus stießen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich schon auf den ersten Blick wusste, was ich da vor mir hatte. Vom Schrumpfen wurde mir allerdings etwas mulmig. Äh, das ist ein Teil einer noch von Luciana? Streng, körperlich einschüchternd. Um ehrlich zu sein, mache ich mir bei ihrem Anblick fast in die Beinlinge. Wusstet ihr, dass sie früher einmal eine kaiserliche Kampfmagierin war? Während der rheinmanischen Dynastie ging in irgendeinem Krieg, in dem sie kämpfte, einer ihrer Sprüche völlig daneben und schleuderte sie durch Raum und Zeit. Musst du schon eine Weile her sein, oder? Sie ist halt echt alt, ne? Ja, gut, wir wissen, dass ich diese Weise herkomme, sie haben sie gefragt. Am Ende ja. Sotasil fand sie. Sie war schwer verletzt, doch er heilte sie, indem er einige ihrer Körperteile durch Urwerkmechanismen ersetzte. Seelensteine treiben diese Teile an, sowie jeden anderen verzauberten Gegenstand auch. In ihr wurde so viel ausgetauscht, dass sie praktisch unsterblich ist. Äh, was ist denn... Ja gut, der Ramos ist wirklich so ein bisschen pushy. Gut, der bezeichnet auch alle Leute mal als Assistentin, ne? Sie findet auch, ich wäre stur, gesellschaftsfeindlich und eine echte Nervensäge. Stimmt, ja. Ich gebe zu, dass ich mich Neramus' Führung untergeordnet habe. Er verfügt über Erfahrung und Weisheit. Qualitäten, die jemandem seines Alters auf natürliche Weise zukommen. Jedes andere Verhalten von mir wäre respektlos gewesen. Das ist, ja genau, das ist gut, dass ich die Freiener als Frage gestellt habe, wie er wieder zurückkommen möchte. Die Weisheit Führ hat angeboten, uns hier herauszuteleportieren, sobald wir dafür bereit sind. Das wäre also eine Möglichkeit. Ich plane allerdings für den Fall der Fälle, unseren eigenen Weg hier herauszufinden. Sobald ich Kirit bewiesen habe, dass ich sehr wohl in der Lage bin, einen Ort allein zu untersuchen. Mit eurer Hilfe, natürlich. Äh, äh, na gut, das ist gut, dass man nicht von der Gnade von wie weit abhängig ist, um hier wieder rauszukommen. Ja, und die Stadt der Grundwerke soll ich jetzt echt hier runterlaufen? Achso. Besuche die Resonanzsphäre, ne? Dann würde machen wir das halt mal. Nee. Es hat ja nur 13.000, die es umgeguckt, oder uns. Ich muss wahrscheinlich nur eine höher, oder? Was ist denn die Resonanzsphäre? Ach, die Resonanzsphäre ist bestimmt die komische Bubble, die da, die ich lag, wo ich mich noch beschwert habe, dass hier alles total kaputt ist. Übrigens, nebenbei erzählt Steffen im Chat noch ein kleines Trivia, man tötet, äh, nicht einheimische Tiere, nur Streien, indem man die mit Naturgifte, äh, mit, bap, alles rum, indem man Giftköder auslegt, die Gifte benutzen, die dort, also Naturgifte halt, und dabei die meisten Arten, die dort halt hausig sind, wie das Zeug, äh, innen sind. In der Seele gab es anscheinend vorher keine Ratten. Achso. Wo macht diese komische Sphäre die Geräusche? Warum liegt die ja nicht mitten im Schlamm? Also wirklich. So, Rena, was zur Hölle ist das? Ist euch die perfekte Symmetrie aufgefallen? Die totale Rundheit der Form? Und die Art der Reaktion auf einfache magische Impulse? Unglaublich! Wenn ich mich nicht irre, ähnelte der Klang der Glockenschläge denen, wie sie auch in der Messingfeste ertönen. Ja, aber wofür ist die gut? Die Anwendung von Magie auf die Sphäre löste eine Klangreaktion aus. Vielleicht nutzt Sotasil verschiedene Tonfrequenzen bei der Durchführung seines göttlichen Wirkens. Andererseits mag Fürstseet vielleicht auch einfach nur gute Musik. Die Tribunalsdoktrin legt klare Konsequenzen für das Infragestellen der Methoden und Herangehensweisen unserer lebenden Götter fest. Die Apostel hier in der Stadt der Urwerke eifern Sotasil aber auf ihre ganz eigene Art nach. Und verglichen damit sind alle Fragen, die ich stelle, ihr Zahn. Äh, na gut, wenn er meint, dass es total Zahn ist, dass er für die anderen beiden Punkte muss man irgendwie vielleicht laufen. Oder wir kommen hier irgendwie hoch und wir portieren, aber ich glaube, wir kommen hier nicht hoch. Da muss ich aber nicht hoch. Weißt du, sie wissen, dass er sich nicht mehr festgesetzt hat. Naja, das ist... Die Frage ist immer, was man mit diesen in Anführungsstrichen unnützten Wissen macht, ne? Das ist... Wenn man genug unnütztes Wissen angesammelt hat, das ist halt immer ein ganz gutes Smalltalk-Problem. Also ich habe zum Beispiel Probleme irgendwie tatsächlich sinnvoll ins Smalltalk zu können. Das ist halt irgendwie seicht bleibt. Und so unnütze Fakten sind dafür immer ganz lustig. Da kann man nämlich so zu philosophischen Diskussionen oder zumindest Überlegungen anstrengen. Das ist ganz toll. Vielleicht gerade mit den Tütenküren nicht. Aber das ist ja... Das ist halt immer ein Gesprächsgestatt, den man ein paar Minuten umbringen kann, wenn da nichts anderes einfällt. Das muss natürlich irgendwie passend. Das ist so aus dem Nichts. Die Leute vor allem irgendwie was ich von irgendwelchen Tierküren zu erzählen ist vielleicht auch ein bisschen... Suche ich das Rheintal? Warum heißt das eigentlich Rheintal? Ich suche ja immer noch diesen komischen... diesen komischen... äh, den Prognostiker. Den ich aber leider irgendwie... Voll abgehängter Typ. Den ich aber irgendwie leider vergessen habe, wo der war. Diese Maschinen müssen Pumpen sein, um das Schmiermittel durch die Stadt der Uhrwerke zu befördern. Faszinierend. Total. Ich habe, was ich brauche. Wir sind hier fertig. Äh. Will ich mit mir reden? Ich frage mich, wie das Schmiermittel ins Tal kommt. Jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte, treten drei neue an ihre Stelle. Tja, das ist... Welchen Faktor das Rheintal? Vor allem ist das... Wie gesagt, ist ja alles über mich kompliziert aufgebaut. Freut mich, dass ihr fragt. Ich gehe davon aus, dass es eine Korrelation zwischen dem Schmiermittel und dem unausweichlich in der Stadt der Uhrwerke anfallenden, toten organischen Material gibt. Das muss ja irgendwo hin. Ich spekuliere, dass diese Pumpen das Fett durch die gesamte Anlage verteilen. Äh, hä? Ja, gut, organisches Material, so ein bisschen was gibt's hier, ne? Abwässer und so? Ah, aber die Mechanoiden bestehen aus Fleisch und Maschinenteilen. Das gilt auch für die Apostel. Wo die Dwemer schon wahre Meister mechanischer Konstruktion waren, ging Fürst Seed einfach noch einen Schritt weiter und brachte lebendes Material ins Spiel. Kiret? Nein, vergess es. Äh, ich glaube, er fängt ja alle seine Schwestern zu vermissen. Na gut, äh, auf zum nächsten Punkt. Ich meine, ich bin zu schwer, mit Leuten zu sprechen. Mit Leuten zu sprechen, das ist immer so eine Sache. Da muss man natürlich immer das richtige Opening finden. Ich habe auch Schwierigkeiten, mit Leuten zu reden. Vor allem mit den richtigen Leuten. Ich habe zum Beispiel in der Stadt hier noch keinerlei Freunde. Leipzig, heißt die Stadt, wie wir es sind. Ziemlich groß. Liegt auch da, dass ich einfach ein Foul bin. Weil statt irgendwie rauszugehen zu socialisen, stream ich vor mich her. Uh, ich glaube, wir haben ein Eingriffen. Das ist nicht gut. Menschen sind komisch und schwierig. Aber wollen wir nicht alles bedauern. Journey before Destination. Gibt ja immer noch, äh, gibt ja immer noch einen Morgen. Man kann, ach, ich weiß, ich war hier so, erst mal, das war ich, glaube ich, auch hier so verraten. Die Landschaft gibt es immer so relativ, wie die Chinesen darauf, was es ist. Warum ist hier eigentlich ein kaputter Roboter? Warum sind hier so viele kaputter Roboter? Die haben hier irgendwann abgefackelt? Muss ich den Tisch verstehen? Nein. Das gucken wir uns eigentlich an und was interessant ist, weil das Rheintal, also die komische Kugel war zwar irgendwie ganz witzig, da hat es für mich jetzt erklärt, wie viel die gut ist. Das Rheintal war mir jetzt echt sehr ziemlich egal, was aufgrund war jetzt? Die Minimumische Pflanze für den in den Effekt in den Ohrenturm. Warum ist hier überhaupt was kaputt? Ich sah das aus der Ferne und war sofort fasziniert. Ja, was ist das? Ist es nämlich irgendwie kaputt? Seine Funktion ist völlig unergründlich. Zumindest kann ich keine erkennen. Gut, die Dinger hier am Horizont haben auch nicht diese richtige Funktion, ne? Vielleicht gehe ich ja irgendwann mit einem Forschungstrupp zurück. Gehen wir jetzt weiter. War das nicht alles? Was für ein prächtiger Monolith. Ich frage mich, ob die Maschinen bis in die unterirdischen Ebenen unter unseren Füßen hinabreichen. Vielleicht ist dort seine wahre Funktion zu beobachten. Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal Strata von Tapehutchen empfehlen. Das ist ein ganz anderes Buch. Ähm, tja, wo die Idee ist, welchen Zweck das Ding hier dient? Darüber zerbreche ich mir schon seit meiner peniblen Inspektion dieses Ortes den Kopf. Es ist ein absolutes Rätsel. Ungeachtet dessen, was dieser Händler aus Schlackenstadt mir erzählt hat, sehe ich da keine Möglichkeit, die Zeit daran abzulesen. Kiret meinte, nein, ich schaffe das auch ohne sie. Was meinte denn Kiret? Kiret setzt auf Intuition und Gedankensprünge anstelle von fundierten Schlussfolgerungen. Aber bei ihr klappt das. Sogar in den meisten Fällen. Sie glaubt, der Turm wäre Teil eines gewaltigen unterirdischen Mechanismus, der die Stadt am Laufen hält. Ich schätze, das ergibt wohl Sinn. Und jetzt? Wir müssen zurückgehen, damit ich Kiret sagen kann, verdammt, ich fasse es nicht, dass ich all das hier meiner Schwester nur wegen eines blöden Streits vorenthalten habe. No. Sie hätte hier dabei sein sollen. Nicht, dass ich eure Hilfe nicht zu schätzen wüsste. Denkt das bloß nicht. Aber Kiret und ich, wir gehören zusammen. Na gut, das ist, ach, es ist nicht rauch, ihr bereut so viel. Das tut es wohl, hm? Ich bin mir nicht sicher, wie ich da weiter verfahren soll. Die Feinheiten des Miteinanders sind Kirets Stärke, nicht meine. Sie ist meine Schwester und wir sind ein Duo. Wir arbeiten gut zusammen, weil sie hat sich einige harscher, kränkender Worte bedient. Was meint ihr? Tja, das ist eine Entscheidung, vielleicht bin ich mir die Geschwister, äh, vielleicht. Nein, das ist, ich werde hier vereinen und nicht teilen. Ja, wissen lassen, dass das gut ist. Ihr habt recht. Ich kann mehr Größe zeigen und mich entschuldigen. Schließlich bin ich hier älterer und schlauerer Bruder. Oh, er ist schlau. Kieren wir zur Messingfeste zurück. Vielleicht könntet ihr zuerst mit ihr sprechen und nachhorchen, wie es Kiret geht? Ohne mich ist sie wahrscheinlich ganz verloren und verzweifelt. Bestimmt. So wird es sein. Oh, es liegt gerade besoffen in irgendeiner Bar und wartet auf, dass der Typ zurückkommt und langweilig ist. Ich halt warte. Können wir diese Berge da hinten eigentlich besuchen? Die sehen eigentlich interessanter aus als das andere Zeug hier. Wahrscheinlich bestehen sie nur aus Schnee und haben sonst nichts. Wie ist das? Das macht so ein bisschen unsere Welt aus, ne? Eine künstlich erschaffene Welt hat halt irgendwie den Nachteil, dass sie genau wie das Map-Design von welchen Spielen das ist halt ein Ort, wo es Punkte gibt, die noch nie berührt wurden von irgendwas. Wohingegen die echte Welt, egal wo du hingehst, selbst in den höchsten Bergen des Himalaya findest du irgendwelche Leichen mit lustigen, bunten Dingens. Einige von den Leuten sind sogar Landmarken. Es gibt eine Höhle mit einem Typen mit gelben Schuhen drinne. Oder gelbe Erke? Also selbst in der letzten Ecke waren irgendwo schon Leute. Selbst in der Wüste ist es wahrscheinlich, wenn du lange genug buddeln würdest, würdest du irgendwelche Überreste finden. Also mitten in der Landschaft. Oder zumindest würdest du relativ schnell was finden. Das hat irgendwie fasziniert, das hat alles irgendwie schon mal was so viel zu entdecken. So, jetzt müssen wir uns jetzt schon mal rennen. Äh... Ich wünsche mir das Verständnis von den Gebäuden. Oder? Ich muss sammeln. Isanir versteht das nicht. Kajid, Argonir, die sind auch Apostel? Nun, die nehmen jeden. Oder nicht? Es ist nicht wichtig, wer man ist, sondern nur, was man kann. Nicht, dass uns das irgendwie helfen würde. Nein, wir Schlackenstädter sind alle Schrott. Das ist aber sehr betrifft mir und das ist sehr positiv von euch, ihr Freunde. Kann ich reiten? Kann ich nicht reiten? Na klar kann ich reiten. Ist ja nicht so, dass man das vergisst. Ich kann übrigens nicht reiten. Das ist jetzt nicht so die riesen Überraschung, aber... Ich kann doch total schon noch reiten. Außer... Irgendwie, keine Ahnung. Der weibliche Nachwuchs von irgendwelchen Leuten, die sie legt haben. Oder auf dem Dorf. Ich glaube, dass du reiten könntest so ein klassisches Dorfmädchen in die Geschichte, ne? Meine Ex-Freunde könnte auch reiten. Gibt auch irgendwie ihr Fertelie. So Leute, die in Städten reden nie davon. So wie... Weil ich sie früher in meiner Grundschulklasse kamen auch alle mal von irgendwelchen Dörfern. Die geht hier aber auch alle hier retten. Wie ist denn das hier? Äh, nicht wie in Tina. Habst du auch so ein Mädchen Kinder-Dingsbums mit Pferden? Fanden die alle ernst. Toll, toll. Ich denke, ich soll voll mit dir reden. Oh, was soll ich? Jetzt reden wir mit ihr. Hallo. Sind wir eigentlich auch nur einem Gegner begegnet? Ich glaube, in allem ausgeweichen. Äh, der, der ein Bruder möchte sehen. Ist das so, ja? Nun, ich hätte da auch noch ein paar Worte für Reino. Wir sind Partner und Partner lassen einander nicht im Stich, wenn der Wind mal etwas rauer weht. Sei's drum. Danke, dass ihr euch darum gekümmert habt, ihn unversehrt zurück hierher zu bringen. Ich weiß das zu schätzen. Stiefel ist ein Deckers. Reiner Schuster hat dieses Paar Stiefel aus Ersatzzeilen zusammen, die bei der Erkundung der Stiftung gefunden haben. Na, klasse, weil ja auch so ein guter Schuster ist da gemein. Ja, klasse. Kirit. Ich. Nun. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so davon stürmen sollen. Es liegt wohl an dem ganzen Metall. Davon kriege ich Ausschlag. Oh. Mir tut es auch leid. Ich habe einige unangebrachte Dinge gesagt und Unfaire bei diesem Neramo stehen mir die Haare zu Berge, weißt du? Es ist die Art, wie ihr redet. Aufgeblasene Worte und diese Schnöseligkeit. Klingt wie noch jemand, den ich kenne. Nun erzähl mir schon, was du entdeckt hast. Erzählt er jetzt noch was? Anscheinend nicht. Ich glaube, ich muss mein Interface mal putzen. Habe ich mich darüber nicht neu schon mal aufgeregt? Dieses polierte Aluminium ist die Nachteil, dass das Staub so schön in seine Ritzen einlagert. Das ist total schwierig sauber zu kriegen, wenn man da nicht aufpasst. Das ist zum Kotzen. Naja, will ich noch sagen. Vielleicht nicht ganz kurz über unser Gespräch mit den Kränen beim nächsten Mal. Das werden wir nämlich beim nächsten Mal haben. In der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, er ist. So, nein, macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao. Bis zum nächsten Mal.